So, in diesem Video möchte ich euch diese zierliche Trommel, nennen wir sie das Folk Friends Bass Versprechen, präsentieren. Das ist eine Gong Drum, die hat 30 Inch Durchmesser, das entspricht 76,2 Zentimetern und hat auf beiden Seiten solche haarigen Fälle. Das heißt, auch hier passend quasi zum Durchmesser und dem Frequenzspektrum, was das Ganze abbilden soll, nochmal ein Abschnitt oder ein Abschneiden erobert. Das heißt, mehr Bass geht eigentlich kaum. Mit dabei ist diese Tasche, also eine gepolsterte Tasche und mit dabei ist auch dieser Paukenschlägel. Und das Tolle ist sozusagen mit diesen Schlägeln, dass er halt auch ganz weich ist und man hört tatsächlich im Unterschied, wenn man dieses sehr große Instrument mit einem harten Schlägel spielt oder mit so einem weichen. Also hier, quasi wenn wir dieses haarige Fell mit diesem weichen Schlägel kombinieren, bleibt wirklich kein Oberton mehr übrig. Naja, und Ben von Fröhlich Geschrei zeigt euch, wie das klingt. schon mal, wir sehen uns immer los, dass er gleich wie es tut ought. Ja, das kanske Chat wird aufses리 approach, wenn sich auch ich sch hashzen und nicht einfach nur bei AttRAters Untertitelung des ZDF, 2020